Punkt Nachte! Sache! War der durch? War ganz leicht, wenn überhaupt. Rüttel, Rüttel, Ego! Also ich habe nicht viel Widerstand gemacht. Punkt Nachte! Punkt Nachte! Fektorale! Nein, war die Achsel, von unten. Aber hier, oder? Also beim Ziehen hier. Was? Erst dann erst auf die Fektorale gekommen. 1-0. Punkt Nachte! Vorsicht! Spatsch, Brutsch, Schütze! Genau, kommt hierher zurück! Folgt der Stimmen! Gut, weiter! Da dran! Ja, okay! Eins, beide! Heute gibt es Hühnerbrust! Starte! 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 War der Fußtreffer drauf? Ja, da ist Schulter dran! Das weiß ich nicht, Schulter! Hier oben! War er drin! Ganz am Anfang hat er am Fuß gestochen! Wer? Dregor! Dregor war knapp vorbei! Dregor war knapp vorbei! Habe ich nicht gesehen! So wird ohne Brille sah nach Top vorbei aus! Okay! Danke! Aber ohne Brille sah nach Top vorbei aus! Alles gut! Ganz wo beide, ne? Ja! Und sonst gebe ich ja prinzipiell recht, Jochen! Beide! Gut! Seine rein! Rein, rein, Feierabend oder? Ja! Unentschieden! Gut! Gut!